Sie gehören zu den besten Profi-Ski-Rennläufern der Welt. Felix Neureuther, Didier Küsch, Michael Walchhofer, Marcel Hirscher und Julia Liserou. Ob Abfahrt oder Slalom, Geschwindigkeit ist ihr Leben. Heute wollen sie einmal mit Vollgas über eine Rennstrecke statt über die Skipiste jagen. Ob Olympische Medaillen, Weltcup-Rennen oder Weltmeisterschaften, Michael Walchhofer, Didier Küsch und Marcel Hirscher haben auf Schnee fast schon alles erreicht. Aber in den Sommermonaten lockt die Skistars auf der heiße Asphalt. Dann sind sie begeisterte Zuschauer bei den großen Autorennen, wie hier in Le Mans. Dabei fasziniert die Skiasse nicht nur der Speed der Rennautos, sondern auch die Atmosphäre und die Teamarbeit und Präzision an den Boxen. Mittlerweile haben die Skipofis schon so viel Benzin im Blut, dass sie jetzt unbedingt selbst einmal in einem Rennwagen sitzen wollen. Ich muss sagen, es würde mich irrsinnig reizen, einmal mit so einem Auto zu fahren. Es ist sehr verbunden mit unserem Sport, verbindet Kurven, Geschwindigkeiten und vor allem den Speed. Der dreifache Abfahrts-Weltcup-Sieger Didier Küsch bekommt eine der exklusivsten Taxifahrten der Welt. An der Seite des fünfmaligen Le Mans-Siegers Frank Bieler darf er in einem Sportwagen eine Runde über die berühmte Strecke des 24-Stunden-Rennens fahren. Die unglaublichen Geschwindigkeiten auf Asphalt beeindrucken sogar den Ski-Weltmeister. Jetzt gehen Didier Küsch und die Ski-Asse Weichhofer und Hirscher selbst am Steuer eines Rennwagens an den Start. Unter der Anleitung erfahrener Renninstruktoren lernen sie Schritt für Schritt ans Limit zu gehen. Oder auch darüber. Wir sind doch auch Geschwindigkeitsfreaks und entsprechend freut man sich an, ob man richtig aufs Gas gehen kann. Der Umstieg von der Abfahrt auf den Asphaltslalom fällt den Ski-Profis nicht schwer. Für mich geht wirklich ein Kindheitsraum in Erfüllung und ich glaube, die komplette Männerwelt beneidet uns. Stimmt. Welcher Mann würde nicht gerne mal einen Sportwagen am Limit bewegen? Wenn man so ein Auto dann beherrschen will, da gehört schon ein bisschen mehr dazu als wie ein Stück Mut. Und vor allem braucht man da ein großes Talent, glaube ich, auch dafür. Und um jetzt diesen GT3-Boliden zu fahren, brauchen die Schi-Stars so viel Mut wie bei einem Abfahrtsrennen. Jetzt da den LMS, ich glaube, das sind neue Dimensionen. Wir fürchten, der Didier bringt es nicht mehr heils zurück. Doch Didier Küsch macht seine Sache gut. Der Olympia-Silbermedaillengewinner zeigt auch auf Asphalt sein Gefühl für Geschwindigkeit und macht, unterstützt vom fünffachen Le Mans-Sieger Emmanuel Piro, keinen Fehler. Ohne Dreher bringen auch Michael Weichhofer und Marcel Hirscher den über 500 PS starken GT3-Rennwagen wieder an die Box. Ich muss sagen, also die Brems-Performance da unten, die war eigentlich schon homer. Also jetzt weiß ich, warum das Autorennfahren anstrengend ist. In Barcelona wollen auch die beiden Slalom-Weltklasse-Läufer Junia Liserou und Felix Neureuther einmal von Skiern auf Slicks umsteigen und auf der Formel-1-Strecke ihre Kurventechnik auf Asphalt in einem V8-Sportwagen testen. Es sind extreme Ähnlichkeiten da. Also wenn es leicht ausschaut, dann ist man auch schnell. Neureuther und Liserou haben beide schon den prestigeträchtigen Slalom von Kitzbühel gewonnen. Auf der Rennstrecke von Barcelona steigen sie jetzt in einen reinrassigen Mittelmotorsportwagen um. Und wieder einmal beweisen die Skiprofis, dass wer schnell durch Slalom-Tore fahren kann, auch in den Kurvenpassagen einer Formel-1-Rennstrecke die schnellste Linie findet. Man ist ja Geschwindigkeit gewöhnt, deshalb fährt man schon nach ein paar Runden eine gute Linie und kann nach vorne pushen. Ich war ein bisschen zu ungeduldig, also ich wollte immer ein bisschen zu früh rein, ähnlich wie es beim Skifahren auch ist, gehe ich auch ab und zu immer ein bisschen zu früh rein. Aber trotz kleiner Anfängerfehler gibt es für die Skistars viel Lob vom fünffachen Le Mans-Sieger. Skifahrer haben ein gutes Gefühl für Geschwindigkeit und für die Ideallinie. Und schon nach extrem kurzer Zeit hatten sie den Dreh raus. Aber nicht nur für das Kurvengefühl auf der Skipiste ist Rennfahren ein gutes Training, es schärft auch das Wettbewerbsgefühl der Skiasse für die neue Saison. Die anderen waren sicher gute Konkurrenten, so muss man sagen. Aber entscheidend ist natürlich dann im Winter, dass man vor die Burschen ist. Natürlich WM in Garmisch ist der höhere Punkt für die Saison. Und alle, die gesamten Klassenen von verschiedenen Disziplinen, Abfahrt, Super-Ski und Riesen, wäre einfach toll, wenn ich da ganz nach vorne mitkämpfe. Das Feeling da, das werde ich nicht so schnell vergessen. Und ja, vielleicht einmal in der Abfahrt werden wir denken, boah, das Feeling, in das muss ich mich reinversetzen und dann klappt das schon. Alle fünf Skiprofis haben mit diesem Ausflug eine neue Erfahrung gemacht und werden auch bei der Ski-WM im Februar in Garmisch-Partenkirchen um die Titel mitfahren.